ARD Text im Auftrag von Funk Das könnte jetzt gefährlich werden. In dieser Welt ist nicht so, wie es scheint. Ich muss meinen kleinen Bruder finden. Was ist in dieser verrückten Welt eigentlich los? Ich brauche unbedingt Hilfe. Ich zahle einen guten Preis. Gold. Das ist nicht gut. Aber zum Glück habe ich überall Kontakt. Habt ihr Lust auf etwas Spaß? Was? Ja! No! Genieße es einfach! Mir nach! Nein, hier ist noch Müll drin. Ich rette die kleine Bruder! Lass die Bestie los! Er kommt, 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 er kommt! Das war's! Das war's. Vielen Dank.